Aber kick dich runter, du Lappen, ey. Ey, du bist so ein Schwanz-Krapscher, Alter. Ey, wo ist euer Problem? Ihr seid immer noch nicht hier. Digga, jetzt komm ich und kratze euch weg, ey. Ne, gar nicht. Ich bin so, wenn ich ein Pferd... Digga, du kannst dir das natürlich leisten mit Muchacho 10, 10%, let's go! Digga, Marke, Team Genie, plo fucking buffe! Digga, ein wunderschön in euer Gesicht. Ich weiß, wie ihr dabei seid. Ein wunderschön. Heute richtig schmutziger Vierer, heute mit Ares, Deko und Sarah. Ein wunderschön. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid. Was geht ab? Ein wunderschön guten Hallo Muchachos. Müsst ihr probieren? Ich wünsche gute Hallo, gute Morgen, gute Reis, gute Mittag, gute Abend, gute Dienst, Gute Feierabend, gute Rauch, gute Dusch und gute... Heute nicht nur ein Vierer, sondern auch ein Vierer-Transform. Wir haben heute dabei Barty, wir haben, glaube ich, PR4, wir haben zu Fuß alles dabei, was die Leute mögen hier, ne? Geil, ey. Also zu Fuß habe ich jedenfalls Bock drauf. Muchachos, falls ihr uns supporten wollt, ohne dafür auch nur ein Set auszugeben, ne, ihr wisst Bescheid, einfach schon mal den Daumen nach oben schmettern und irgendeinen coolen Kommentar schreiben. Der Algorithmus, er merkt das, er mag das und, äh, ihr supportet uns, ohne einen Dollar auszugeben. Oh. Falls ihr gerne einen Dollar, da ist ein Wort, äh, gerne eine Beschreibung auszuschicken, Instagram-Gaming-Trippler. Nein, fuck. Merchandise, Küsschen getraus. Hast du verkackt? Jo. So, Deko, bist du bereit? Willst du mir noch einen Knutschi? Gib mir noch einen Knutschi. Knutschi. Okay, los. Digga, jetzt hast du mich zur Seite gekickt. Hä, Knutschi? Wow. Das schaffe ich auch, das muss ich auch schaffen. So, wir haben euch wieder Geld dabei, können wir ja die andere Seite auch mal ein bisschen, ein bisschen befragen, sonst haben wir immer so eine kleine Salami-Party hier und haben nur die, die Infos und Erfahrungen von, von Salamis. Wenn du von Salami-Party redest hier, würde ich bitte nicht klein hören. Aber, jetzt haben wir ja wirklich auch mal die andere Seite, wir haben ja schon heute darüber geredet, was wir Serien und so, wir damals geschaut haben, bei uns war es Pokémon, Yu-Gi-Oh, Digimon. Sarah, was schaut man denn heutzutage? Oh mein Gott, äh, sag jetzt bitte nicht sowas wie, oh, diese ganzen, mit Köln 36, 40 oder so. Ficken, Alter. Nee, sowas schaue ich nicht, äh, das ist unterschiedlich. Also, die meisten Sachen gibt es halt zum Beispiel auf Netflix oder so. Also, schaut die, die neueste Generation schon gar kein Fernsehen mehr? Also, ich jetzt persönlich nicht so, ne. Ja, auch gut zu wissen. Bin eher so ein Netflix-Typ oder, ja. Aber, wer guckt heute allgemein schon auf Fernsehen? Also, es sei denn, du bist vielleicht 40, 40 plus. Nee. Ich hab mir auch gerade überlegt, was ich noch im Fernsehen schaue, auch sehr, sehr wenig. Also, ich habe schon in der Wohnung hier vor, in der Wohnung hier vor hatte ich schon kein Kabel. Also, ich hatte einen Kabelanschluss, aber ich hatte den Fernseher niemals angeschlossen. Ich hab immer nur über Internet dann Netflix, Amazon, was auch immer geguckt. Mhm. Ähm. Und ich glaube auch, in der Gerberstraße, als wir zusammen gewohnt haben, hatten wir auch keinen Fernsehen. Also, ich hab bestimmt jetzt schon 10 Jahre oder sowas. Doch, doch. Digga. Ich kann mich noch daran erinnern, lol, wie du fährst, ey. Absolut. Ey. Wir hatten... Ey. Wir hatten... Wir hatten... Hallo. 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 Wir hatten doch einmal den guten Kev bei uns zu Gast. Erst, als so eine Reportage über ihn gedreht wurde, mit Mike zusammen, so auf der Gamescom, dann haben wir es doch auch auf dem fetten Fernseher gesehen. Das lief auf RB3 oder so, Digga. Ja. Ja, okay, weil wir einen Kumpel hatten, der da irgendwo drin war, Alter. Ne, deswegen meinten wir auf jeden Fall einen Anschluss, dass wir den regelmäßig gewusst haben, so... Wir haben auf keinen Fall irgendwie geguckt. Hä? Wo ist denn hier der Verwandlung, hä? Achso. Hier. Digga, du musst das mit dem Formular machen, du Lappen, ey. Ja, ich dank grad schon. Hä, weißt du? Dafür kick dich runter, du Lappen, ey. Ey, du bist so ein Schwanzgrabscher, Alter. Ey, Digga, ein Schwanzgrabscher, da bin ich bei dir genau richtig, ey. Irgendein Eichhorn deine Nüsschen klauen. Äh, Eichhörnchen meine ich. Digga, du kannst du Osteck, Alter. Eichhorn, Alter. Marvin ist ein Eichhorn, ein Eichhorn, äh, belästiger, Alter. Der Eichhorn ist sowas wie ein Einhorn, aber halt mit einer Eichhörn auf der Stirn. Digga, was schaut man heute noch im Fernsehen? Ey, das stimmt. Was schau... Marvin, jetzt fick den Lachs auch weg, Alter. Okay, ich hab ihn aber schon einmal weg. Einmal hab ich ihn schon weggeballt, aber für dich mach ich's. Hä, wo ist er? Hä? Ja, weg. Weg. Er dient, ey. Ja, er war einfach weg. Den nehme ich einfach als Rampe. Ja, dieser Milchsammler, hä. Danke. Milchsammler. Auch kein Plan, was das ist. Hä, das... Kennt ihr keinen Milchsammler? Das ist wie... Wie damals, dieser Milchmann einfach, der vorbeikommt und dir so Milch da lässt. Hä, aber dann sammelt der doch kein Milch ein, du Lappen. Dann liefert der sich. Dann sammelt auch die leeren Milchflaschen ein, du Sammel. Ja, hä, das ist dann leer, da ist doch keine Milch mehr drin. Das ist kein Milchsammler. Digga, der Milchsammler, der leere Flaschen Milchsammler. Egal, ey. Egal, was du dir ausdenkst, das macht einfach keinen Sinn, ey. Digga, leere Flaschen Milchsammler, ganz klar. Kennst du den nicht, Alter? Leere Flaschen Milchsammler? Wie f*** ich denn? Dieser Choro, Alter. Hab's nur ich nicht, oder was? Ja, ich hab's auch, hä? Ja, ja, ich hab's auch. Hä? Ja, du musst wahrscheinlich auch wieder die Verwandlung haben geträumt, weißt du, dass da den Baby-Schutz oder so? Das ist ein Bonus. Noch. Genieße ihn. Genieße ihn. Okay, ich weiß nicht, ob man ein Sommerkind machen muss, oder? Oh nein, äh. Muss man eigentlich ein Sommerkind machen, oder? Nee. In diesem Fingerpart weiter? Ja. Sommerkind, falls sich jetzt Leute fragen, ist er übrigens ein... Wortwechsel. Sommerkind, das hört sich irgendwie... Oh mein Gott, ey. Hashtag, no offense. Homosexualität ist vollkommen geil. Äh, die Map-Erbauerin, die dieses Element als solches etabliert hat. Wortwechsel, labern wir nicht voll, Alter! Etabliert, etabliert, ja, Wortwechsel. Warte, Sauerstoff nennt man heutzutage auch Pro-Fucking-Bosser, weil ich das jetzt einfach mit nem Namen versehen habe. Ja. Hallo. Ich will ganz kurz anmerken, wir haben das etabliert. Also, kurz zur... kurz jetzt zur Info. Grün ist einfach, orange ist mittel und rot ist hart. Es gibt drei Wege. Digga, ich ne den harten, ey. Das wär mir klar. Ne, 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 ne. Ja, guck dir das an, Junge! Ey, ich weiß nicht! Digga! First Try! Komm nochmal, komm nochmal zurück! Hör! Äh, ja, vom First Try. Vom Punkt verkack, Alter, es ist ja auch wieder... First Try! Hör! Hör! Nein, meinen hab ich auch. Ne, ich fick's nicht. Hör! 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 Senken wir sind einfach Marketing-Geniuses. Aber Ares, du bist ja auch nochmal so in unseren alter WhatsApp schaut man im Fernsehen. Ja aber wenn! Du musst doch irgendwann mal den Fernseher machen! Ich habe keinen. Wozu auch. Okay. Kann ich vollkommen verstehen. Wer ist gleich da? Eind richer und wenn hab ich dann nur Werbung oder irgendeinen Quatsch und nee, nervt. Okay, krass. Ja, bin ich ja der Einzige, der so ein bisschen hier noch den Fernseher anschmeißt. Du bist ja auch der Puma in der Gruppe, Alter. Alter, schwebe ich mir richtig an Puma. Er geht um 21 Uhr schlafen und macht ein bisschen Wine-Tasting. Überrascht mich jetzt, möchte ich es nicht, dass du jetzt noch Fernsehen guckst. Oh, das guckt meine Mutter noch. Ja, geil. Guckst du auch ganz alte Sachen, zum Beispiel Mortis, ihr Hobby oder was weiß ich. Ey, Mortis, ihr Hobby oder was weiß ich. Ja, jetzt geht's ab, Alter. Ey, Mortis, ihr Hobby habe ich früher geliebt. Oder wie heißt dieser eine alte Sack? Äh, Columbo? Columbo, genau, Columbo. Das habe ich nie geschaut, das ist zu alt. Aber Mortis, ihr Hobby, ey. Das ist rauf und runter, das weiß ich nicht, die ist besessen davon gefühlt. Digga, Mortis, ihr Hobby war auch geil. Habe ich auch nie gesehen, nie. Aber diese Tauchsteuerung ist anders. Ja, die ist so ein Arsch, ja. Ich weiß gar nicht, ob Sarah die Map überhaupt schaffen kann, ne? Warum? Was für Tauchen? Wie weit hast du ein Tauchen ausgebildet bei dir? Äh, weiß ich nicht. Also gelevelt. Hä, easy, easy, easy. Ich glaube nicht weit. Sauerstoff, kein Problem, kann ich dir sagen. Ich bin eh noch erstmal beim Fußparcours. Der Taucher war schon... Immer noch. Ja, ich habe einmal verkackt. Okay, wir schauen uns das mal an. Lass uns einmal wegtasern. Oh, ah, da, da oben. Ziesi. Aber hier, Sarah, sagt dir sowas wie Gargoyles irgendwas? Boah. Was? Gargoyles? Gargoyles. Das habe ich nicht geguckt. Äh, nee. Sagt dir sowas wie... Was? Wie, äh, Extreme... Extreme Dinosaurs? Extreme. Extreme. Extreme Dinosaurs. Ja, natürlich. Oder kennst du sowas wie, äh... Äh, boah, wie heißt das nochmal? Es gab auch noch diesen Kram mit den Dudes, die auf den Dinosauriern geritten sind. Ja? Ja. So was gab es auch noch. Ich wollte gerade das hier sagen mit, äh, hier mit dieser Eishockey. Eishockey-Eintenscheiße. Äh, äh, Ducks. Mighty Ducks? War das Mighty Ducks? Das ist auch richtig geil, ey. Ja, die sind übrigens ausgestellt, Deko. Du kannst da nicht weggetasert werden. Ich habe mich da draufgestellt, bin daneben gelaufen. Ja, zum zweiten Mal springe ich da rüber und sprinte am Ende natürlich. Okay, das ist ein Fußball-Kroaf. Weil er einfach sprintet, ey. Ja, ich glaube, es ist auch nur einer. Dann kommt Tauchen und dann kommt wieder zu Schluss. Ja, Sarah, du bist jetzt gleich beim Tauchen. Du musst da runterjumpen, dann tauchst du erst mal. Da bin ich ja mal gespannt, ob das klappt. Weil bei mir hat er eben abgezogen, das, hein? Oh, yeah. Deko, da kann nichts passieren, du Lappen. Digga. Erst mal gestorben. Streiche. Ey, du bist so schlecht, Digga. Ich habe nach dem Landen Steuerung gedrückt zum Schleichen und er sprintet trotzdem weiter, Alter. Digga, halt deine Fresse, Alter. Digga, schau dir Ares an, der macht das hier first try. Äh, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, da ist kein Strom drauf. Oh, das geht bei dir gar nicht. Nee, das geht bei dir gar nicht. Nee, das geht nicht? Mm-mm. Schaffst du nicht? Ich bin jetzt schon tot. Also fast. Oh, okay. Dann helfe ich dir gleich. Naja, ich bin tot. Dann darfst du einmal den Albus Dumbledore make'n. Harry Potter. Schlecken sie mein wurmschwänziges. Aber ich muss sagen, gerade so Extreme Dinosaurs. Kennst du die Gummibärchenbande? Ja, natürlich. Also wer die nicht kennt, der ist wohl im Leben hängen geblieben. Da, 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 da. Da, 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 da. Gummibärchen, Dark Channel. Gummibären hüpfen hier und da und überall. Digga, damit, mit dem Song gehst du zu DSDS bitte. Dankeschön. Das wäre schon lustig. Ich wähl, ich wähl dich an, Alter. Dann könnt ihr gleich in meinen Kanal noch bitte formen. Ich würd den sogar auswendig lernen und vor, äh, Stefan Raab da singen. Digga, Stefan Raab, ey. Ey, das wär mal eine richtige Kostopo hier. Ist auch genau das richtige Publikum. Sind die in Hannover irgendwo? Stimmt irgendwann. Wenn die in Hannover sind. Wobei, dann musst du ja erstmal durch so ne Jury kommen, weißt du? Ja, aber die schneiden ja auch immer die beschissensten Typen rein. Ich glaube Chancen hätte ich schon. Ich bin mit rein, ja. Chancen im Fernsehen zu laden hätte ich glaube ich schon. Deswegen wollte ich auch Anime-Fan da unbedingt mal reinbringen. Aber da braucht man schon dicke Eier, Alter. Um sich da, wobei heutzutage ist es glaube ich nicht mehr so beliebt, aber sich vor Deutschland so ein bisschen lächerlich zu machen. Wobei jetzt machen wir jeden Tag mit so einer Video. Hahahaha, hallo. Es würde mich wirklich null jucken, bei DSDS-Kommiebären-Zong zu singen. Nein! Oh ey, du schaffst das krasseste und dann verkackst du da hinten. Digger. Also wenn man das in einem durchfallen möchte, dann schon. Ja. Jetzt habe ich ein Ohrwurm. Bitteschön. Hä, ich habe das gestern. Boah. Hä, ich habe aber Gummibärchen-Bande reingebracht hier. Bring dir selber was rein, äh. Schieb dir selber was rein. Aber was ich früher auch noch gerne geguckt habe, ist Heidi. Digger, das ist 149, Alter. Ja. Nein! Digger, ich wollte das machen, ohne mit dem Schwanz zu wedeln, ey. Oh, das hat nicht funktioniert. Ich überleg gerade, was noch so richtig ausgesagt. Also ich habe nicht mal Heidi gesehen. Also ich wusste nicht, dass es irgendwo auf ZDF oder so gab. Ich habe Heidi ab und zu mal gesehen. Scheiße. Aber ja, ich hoffe, es ist halt, es ist halt, es ist halt sehr, schon ne, als Junge so ist es schon sehr langweilig. Die Heimatfilme. Ja. Die Heimatfilme. Heimatfilme verschäben sie was anderes. Ja, ist offen. Ja, was? Ein bisschen Propagandafilme hier. Let's go. Äh, äh, äh. Hä? Hä, was ist euer Problem? Ihr seid immer noch nicht hier? Digga, jetzt komm ich und ratze euch weg, ey. In der... Hä? Wie geht er noch, in der Heide? Achso, da hast du... Hello. Heey. Als ob wir jetzt... Oh, Alter, mгеleg. Das ist glaube ich schon schwierig. Ey, ich wusste... Das... Das... Ich wusste ohne Spaß. Ich kannte dieses Lied. Ich hatte nicht im geringsten damit irgendwas Richtung, Richtung... ...Richtung weiß ich nicht, Marschlieder verbunden oder irgendwie sowas... Es kommt nicht... Ich kenne es auch nur von den Instagram Reels. Es kommt noch eigentlich aus der Zeit davor, aber es wurde eigentlich von der Waffen-SS als Marschrieb verwendet, deswegen... Ja, äh... Was? Mach's schon. Erika, Monika oder sowas. Nee, es geht schon. Ja, mach nen kleinen Techno-Beat dahinter. Wie lange soll ich eigentlich noch warten? Direkt nach oben ballern, oder? Warum ist eigentlich die Fortune hier? Hallo? Äh, fahren vielleicht. Ja, gut. Ja. Au! Alter, richtig geiler Looping hier. Nach oben rein? Hier? Oh! Unten eingesammelt, easy. Hä, Dick, hast du selbst noch begangen? Was ist denn da passiert? Äh, Digga. Haben wir den Punkt von unten eingesammelt? Ich muss geschossen. Ich wusste, dass da was kommt, ey. Ja, hä? Hä, wie, hä? Da hab ich nicht voll dazu bauen sollen, hä? Wie nicht, hä? Mieser A-Chako, Alter. Mieser Lachskopf, Alter. Bis ich hier überall immer rausgehe. Ja. 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 Wo hast du den Punkt gehabt? Ja. Ey, ich muss sagen, dieser Parcour hatte 20%, der ist so todeseinfach. Der ist echt einfach. Oh, also es gibt da nicht mal... Wo kommt der denn nochmal? Oh. Nicht mal bei diesen Jumps hier ist ja was Schwieriges dabei. Ja, aber es gibt, äh, Leute, die tauchen nicht geskillt haben und deswegen kommen die da gar nicht durch die ganze Typ durch. Das darfst du nicht vergessen, ne? Und all diese Leute, die es nicht geschafft haben, ja, gibt's. Ne, glaub ich nicht. Hey. Hey. Wer hat denn bitte nicht mal einen Tauchen geskillt? Wer macht denn dann bitte sowas nicht, ey? So geil, Alter. Was heißt aus dem geskillt? Es ist ja trainiert. Du kannst ja nicht skillen. Du musst es ja machen. Aktiv. So, also schau. Aber der hat das Ziel schon, ne? Das ist das Ziel? Das Ziel ist da, ne? Okay, ey, das ist jetzt wirklich null Skill hier. Null. Es ist einfach nur Glück haben. Ich weiß. Ah, warte, okay. Glück, Glück, Glück. Gib mir ein bisschen Glück. Du musst, du musst Ares abziehen jetzt. Voll nicht. Du bist im Bereich? Oh, Ares, wo bist du, du Latten? Ares, wo bist du, du Latten? Es war schon, es war schon wirklich alles. Ja! Mami, fährst du eigentlich Ego Perspektive? Ja. Du nicht? Äh, Boxershorts, ne. Nein. Hä, wo bin ich? Wo ist mein Leben? Nein, ich komme an links. Buh, 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 buh. Wie zwischer Arsch? Easy, Digga. Als erstes beendet. So ein Schwanz Grapsch, Alter. Und dann noch mit Ego Perspektive. Richtig unverdienter. Ah, geil. Fühlt sich gut an. Kann ich da bremsen? Oh ja, ne? Definitiv. So weit oben drüber. Kannst du, kannst du, aber du musst wirklich abbremsen. So, wer wird dritter? Sarah oder Ares? Wer holt sich den Sieg? Eko, warum hast du dich denn ausgezogen? Also das war jetzt ganz aus Versehen, also es sei denn, du hättest gerne, dass es kein aus Versehen wäre, dann war es Absicht. So, Witz des Tages, Apothekenwitz, ne, weil heute wieder so ein schöner Tag ist. Apothekenwichse, ey. Apothekenwichse! Nämlich, ich hätte gerne, ich hab ein bisschen Halskratzen, ich nehm mal bitte die Apothekenwichse. Ja bitte zweimal am Tag gurgeln. Ja, lass mich raten, war versprochen. War ein Versprecher. War, war nah dran, war nah dran. So ein Spar-Abo. Und das Ding hat mal Eiskrott auf Watt, ne, so geil. So, wir haben den Witz, ja, neben der Apothekenwichse glaube ich. Da findet man auch ein Heftchen mit den Apothekenwichs, ja. Also, fragt das Häschen die Zapfsäule an einer Tankstelle. Bist du ein Roboter? Keine Antwort. Bist du kein Roboter? Keine Antwort. Da wird es dem Häschen zu blöd. Jetzt nimm doch endlich mal die Finger aus den Ohren, damit du mich verstehen kannst. Habt nur ich dir nicht verstecken. Okay. Diese Stille hier einfach. Diese trockene Stille. Oh geil. Hä, wie das, das Häschen hat den Roboter gefragt? Und der hat sich die Ohren zugehalten? Okay. Frag das Häschen die Zapfsäule. Die Zapfsäule. Achso, weil das Ding da drin, weißt du, mit der Zapfsäule, wenn der Zapfhaden so drin steckt, sieht aus, dass er sich die Ohren zu halten. Aber auch nur bei amerikanischen Zapfsäulen muss man sagen, bei deutschen nicht. Oh 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 oh! Hey, mich weiter anschleichen. Bleibt da stehen! Aris braucht noch ein bisschen. Einen Schein noch! Oh ach, Aris! Oh! smaller, también, ja! Hey, Aris! Das war aber auch Karma jetzt, Alter! Digga, so einen richtigen Karma Apothekenbix. Hä? Nee! Wie er schreit ist, geil! Ja! Du, ey! Ja genau, wie er da einfach komplett stumpf von hinten angerast kommt, ey. Ich hab ihn sogar noch gedeckt, ey. Ey, ich wusste nicht mal, dass die Frau da ist, ey, was soll denn das? Bist du blind? Ja, wie, ey? Aber okay, am Ende kommen alle ins Ziel aus der Ares, geile Aufnahme. Perfect! Ganz toll, ganz toll. Muchachos, habt ihr auch Apotheken-Wichse, die ihr uns erzählen wollt? In die Kommentare, checkt die Beschreibung aus. Daumen nach oben schmettern, bis nächstes Mal in Gauno. Ciao, ciao! Ciao, ciao!